ha das sind sie die Verrückten die Verrückten sind da Töte sie alle Töte sie alle Töte sie Töte sie die Pinguine sind betötet werden Töte sie Töte die Pinguine alle Pinguine alle Pinguine müssen sterben Aua 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 ist weh aber die müssen trotzdem sterben Abigale Abigale ist hier neben mir so ist nicht viel aber ist ein bisschen was kamen die ganzen Pinguine hier raus so jetzt hab ich nochmal so ein leckeres also hab ich zwei Rasierer gebaut, oh ne ok ich hab hier noch so einen davon hab ich noch was ok noch eins davon rein und dann kann ich gucken was gibt das ganze wieder eine ja natürlich ist aber egal Essen ist Essen gut ähm wie haben wir denn wie kann man den Winter am besten überleben ok ok auch warme Klamotten ja das ist auf jeden Fall das heißt eigentlich bräuchten wir jetzt bieferlos ganz dringend ich werde mal auf die Suche gehen nach Weihnachten ich esse jetzt auch noch das Ding hier direkt aufessen so jawohl dann pack mal die Schweine hintern auch mal da rein die brauchen wir nämlich über irgendwas zum herstellen er kann nicht gerade weil du bist dran ok du musst die nächste Kiste bauen die ist gleich voll ja mach ich hm also einen Slut hast du noch ich muss noch was reinbauen und basteln und zwar hier noch die Spinnenweben mit rein dann kannst du eine Angel zum Beispiel auch bauen genau angeln geht auch im Winter mhm angeln geht auf jeden Fall du hast noch Steine hast du die hier mal reingepackt ja hab ich die in die äh Kiste gepackt dann mach ich mich jetzt erstmal an die ich hab noch wo sind meine ganzen Felsen ich hab noch ganz viele ach da Steine genau ich kümmere mich jetzt weiter um die Mauern und du gehst bitte die Bife los suchen so genau 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 Tag äh 21 und wir leben noch lauf genau genau lauf ja jetzt gut los gehen Arsch rasieren hier komm hier 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 ach so ist noch was da oben 2 1 warte 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 die Fackel ähm hehehe gleich nur rasieren und dann das Zeug erst morgen auf ähm was das ist viel lustiger wenn du gejagt wirst 20.000 Bullen weil die frieren sich im Winter den Arsch ab nein das ist hell lauf 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 ha 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 pfff pfff oh man also wir haben jetzt 12 Stück ja ist schon mal nicht schlecht ja zu meinen was wir brauchen noch ein Horn um einen Hut zu machen mhm ähm äh gibt es eigentlich auch so eine Felljacke eigentlich ach dann ist man getan dann ist man getan genau kannst dann machen dann greift sie dich nicht mehr an wenn du dieses ähm Beefalo Horn hast oder Beefalo Hut das war ein für töten und mhm kann funktionieren wo ist denn meine Pflanze eigentlich hin genau auf ein Blümchen ist ja mal ein Blümchen hast du das eingesammelt ja ja musst musst du gucken wann es wieder regeneriert und wächst es einfach hin genau was dauert ein bisschen ja genau Hilfe zu Hilfe zu Hilfe Boah jetzt reichts AHHHHH Hihihihihihi Ich muss weg. Du darfst ja dich mal einen angreifen, dann kommt da die ganze Herde mal an. Ja, natürlich. Gut, und jetzt haben wir ein bisschen was davon. Wir können eigentlich schon mal nach Hause gehen und ein Strickleckchen basteln.